Ja, liebe Leute, ich bin hier natürlich immer noch da, wo ich vorhin schon war, nämlich in Mannheim, in Jugend und, ihr wisst es noch, ich wollte gleich den General Schweißraum filmen, weil er wichtige Lyrik und eigene Sachen ist, aber ich erfahre jetzt hier und sehe jetzt hier, dass man hier dringend so einen Stern braucht und das ist ein Soli-Stern und der ist für die ganze Sache hier, für den Nachwanderer, weil, ich höre gerade, es war knapp dieses Jahr, es war mit der Finanzierung und überhaupt mit der offiziellen Unterstützung, war es nicht so, wie es sich gehört und jetzt werden zu Solidaritären hier die Sachen verkauft und da lasse ich den General Schweißraum mal einen Moment warten und film hier mal wieder ein bisschen und ich denke, ich kriege da noch ein paar Kontaktdaten, die schreibe ich euch dann runter, ne? Moment, hier sieht man mal ein bisschen was vom Stand und hier haben sie verkauft werden, also noch leuchtet der Stern, ne? und ihr solltet da alle mal was machen, weil ich denke, das ist hier kein Glitzer-Kram von offiziellen Kulturfuzis, sondern das ist wirklich was Bescheiders. und ich sage jetzt mal, hier sind jetzt, hier sind jetzt Leute und es werden noch mehr und wenn die Nests ja nicht mehr kommen brauchen, weil der Land durch ist, und 10 Minuten, okay, wir sehen uns später, ciao!